Oh man, habe ich einen Hunger. Guck mal, wie der ich schon bin. Oh Gott, meine Beine! Oh mein Gott, meine Beine! Wir spielen heute den Omnom Simulator, weil ja immer Leute fragen, wie die Spiele heißen, die wir spielen. Und zwar sind wir gerade extrem untergewichtig oder auch sehr hungrig. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute hauen wir uns mal den Bauch voll und werden richtig fett. Was sagst du dazu? Yes! Oh, ich finde... Oh mein Gott, warte... Oh mein Gott, warte... Omnom, crunch, manch! Jetzt ist mein Bauch voll. Aber man muss verkaufen gehen, glaube ich. Okay, jetzt ist mein Bauch voll, das heißt, wir gehen zum... Guck mal, wie sieht es schon ein bisschen dick aus? Ja, meine... Irgendwie die Beine sind am witzigsten, die sind so ein bisschen speckig. Ja, total. Wo kann ich denn verkaufen? Hier ist Candyland... Ah, hier ist ein Cell. Ah, hier sind überall so kleine Cells. Ah, okay. Da verkaufe ich jetzt mein Fett, wie es scheint. Ich glaube, das kann ich mal abgesaugen. Die... Und andere, weißt du, die kriegen es dann hin. Oh Gott. Ja, nice. Ich glaube, wir können auch Minigames spielen hier. Okay, wollen wir mal das nächste Minigame? Wollen wir da mal mitmachen? Ja, lass machen. Okay, weil er fragt mich hier gerade. Okay. Okay, ich bin mir nicht sicher. Ach so, das nächste startet in einem Muster. Genau, es gibt immer Minigames und da können wir dann gegen so ein richtig... Ich habe das schon gesehen. Da ist so ein richtig dicker Dude und vor dem müssen wir, glaube ich, weglaufen. Ich weiß nicht genau, warum. Ja, ja. Okay, jetzt sind wir erstmal im Minigame. Kuchen gibt es hier. Kann ich den essen? Ne, ich kann den Kuchen werfen. Ah, okay, jetzt kommt gleich der dicke Mann und da werfen wir Kuchen drauf. Vielleicht stehe ich das richtig. Ach so, wirklich? Ich glaube. Wie spielt man? Werfe Kuchen auf andere Spiele. Okay. Warte, auf andere? Ich werfe Kuchen auf dich. Ich besiege dich. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Nichts ist. Warte, nee, wir suchen erstmal, dass wir den Chef erwischen, weil der bewegt sich nicht. Das ist ein einfaches Ziel. Wir müssen jetzt erstmal, in fünf Sekunden geht es erst los, ja? Ja, aber den Chef, den fokuse ich. Okay. Jetzt bestimmt, guck mal, der ist sehr viel dicker. Minigame, was? Hä? Wie jetzt? Jetzt schon gewonnen. Hä? Es hat doch gar nicht angefangen. Okay, da sage ich schon mal, nein, ich möchte das Minispiel nicht nochmal spielen. Das hat mir keinen Spaß. Ich habe es nicht verstanden. Was ist hier? Da kann ich, da kann ich hier zuschlagen. Ah, da gibt es die Äpfel. Bringt zwei Kalorien. Ich habe hundert. Das heißt, ich kann mir jetzt schon mal eine Orange gönnen. Hm. Ah, das ist ja cool. Ja. Also ich, manch, manch, jam. Und schon ist der Bauch voll. Okay, okay. Eine Orange. Hast du schon gefunden, wo man, mein Lieblingsobst? Ich glaube, Ananas. Ananas sind, oh ne, Kirschen. Wenn du so frische Kirchen, Kirschen hast. Kirschen? Kirschen. Kannst du nicht aussprechen? Dann sind die, dann sind die gut. Was ist dein Lieblingsobst? Oh, frische, diese richtig roten. Ich mag nur richtig dunkle, roten Kirschen. Sie sind so lecker. Aber generell, in Samba gibt es so leckeres Obst. Ich meine, Nektarinen, Aprikosen, Erdbeeren. Das ist absolut. Vor allem, je weiter du im Süden bist, sag ich mal, also wenn du so in Südeuropa bist oder so wirklich irgendwie in den Tropen, dann ist das so leckeres Obst. Das ist alles so reif, ne? Mega. Vor allem, dann kannst du auch so Mangos oder sowas. Oder halt so diese exotischen Früchte. Ich liebe Mangos. Oh, ja. Aber mein Lieblingsobstobst ist Litchi. Litchi? Ja, absolut. Boah, die fand ich als Kind richtig gruselig, weil die irgendwie so schleimig waren. Und dann, ich weiß nicht, ich hab die nicht verstanden. Also es war einfach so, Litchis waren, meine Oma hatte die immer. Und dann hat sie immer versucht, mein Bruder mir Litchis anzudrehen und wir waren beide immer sehr, sehr skeptisch. Ja, ja, verstehe ich. Schleimiges Essen ist sowieso eklig. Ich hab heute eine frische Kokosnuss gegessen und ich dachte so, oh mein Gott, die ist so schleimig gewesen, so eklig. Was? Aber geschmeckt hat sie. Schleimige Kokosnuss. Ja, die sind, wenn du ganz frische hast, die sind halt noch weich und dementsprechend sind sie auch schleimig. Aber da ist dann dieses Kokoswasser drin, gell? Ja, genau. Das schmeckt mega gut. Echt, magst du das? Ich mag das voll gern. Aber was ich echt angenehm finde, man kann hier einfach gedrückt halten. Da krieg ich keine Ahnung Sehnscheidentzündung. Ja. Ja, ja. Hatte ich schon mal beginnend, tatsächlich. Ich glaube, ich fange an so Klicken. Ja, ich nehme dich auch. Ja? So, ich bin Soup-Zipper mittlerweile. Soup-Zipper? Ich bin, wo sieht man was denn? Über dir direkt der Rang. Ich bin Fanboy noch. Fanboy? Was heißt noch? Bist du vielleicht nicht so weiter? Fanboy ist, glaube ich, die erste. Jetzt bin ich auch Soup-Zipper. Ah, okay, gut. Eigentlich ist Obst echt lecker. Ich glaube, ich habe eher Hass Gemüse. Echt? Ja? Ja. Erzähl. Keine Ahnung. Es gibt, wenn du asiatisch bestellst, oft diese schleimigen, schwarzen Pilze. Keine Ahnung, wie die heißen. Oh mein Gott, ich habe sie. Die sind so ekelhaft. Die haben eine Konsistenz wie Gummi und die schmecken einfach nur eklig. Ich suchte die jedes Mal raus. Und unser Asiate, der bei uns liefert, ist der Einzige, der macht die überall rein. Und in solchen Mengen. Und ich weiß nicht warum. Und es steht teilweise drauf, so ja, das, das und Muair-Pilze, das kaufe ich schon nie. Ich bin ja, also ich bin ja kein Selbstmörder hier. Ich weiß genau, was du meinst. Aber die sind so widerlich. Ja. Boah, absolut. Ich esse gar keine Pilze tatsächlich. Ich mag überhaupt gar keine Pilze. Wobei ich den Geschmack nicht mal eklig finde, sondern die, die glibberig sind. Ich finde die alle ein bisschen glibberig. Ich finde, Champignons gehen halt noch, weil die sind am wenigsten glibberig. Und wenn du dir irgendwie in so, hm, keine Ahnung, so Rudeln drin hast. Ja, 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 dann geht das. Wollen wir nochmal ein Minigames spielen? Vielleicht ein besseres. Nee, den traue ich nicht. Ich glaube, also, ich sage die Minigames. Ich habe die nicht verstanden. Vielleicht machst du mir ja Schaden, wenn du dicker bist. Vielleicht, ja, dachte ich auch schon. Ich weiß noch nicht, warum, aber kann ja sein. Aber irgendwie, so dick sind wir auch noch nicht, oder? Nee. Guck mal, guck mal, ich bin schon. Ich habe Tidemi erst gar nicht erkannt wegen deinem komischen, äh, Rock. Rock, ja. Was hast du denn gegen meinen Rock? Nichts habe ich gegen deinen Rock. Findest du die Tragweise irgendwie ungewöhnlich, oder was? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ja, finde ich. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, siehst du das öfter so in der Öffentlichkeit, dass Leute mit so einem, äh, Rock über den Augen, also siehst du überhaupt was? Ich, ich sehe das schon öfter, dass Leute mit dem Rock über den Augen rumlaufen, ja. Dann würde ich nicht wissen, in was für einer Gegend du wohnst. Manche ziehen sich auch eine Hose auf den Kopf, stecken die Beine durch. So, ich kann mir jetzt Trauben kaufen, ja? Weißt du, wärst du mal so fleißig am Essen wie ich, dann wärst du auch schon weiter in deinem Leben. Ich finde aber im echten Leben, ohne Mist, nach einer Zeit Essen richtig anstrengend. Also, manchmal, ich esse echt gerne Pizza zum Beispiel, aber ich schaffe es einfach nicht, eine ganze Pizza zu essen, weil ich dann, nicht vom Hunger oder so, einfach weil ich dann keine Lust mehr habe zu kauen. Weil es dann einfach so ermüdend wird. Wenn das Essen anstrengt. Ja, ich, keine Ahnung. Ich esse gerne, so ist es nicht, aber nach einer Zeit ist es einfach ermüdend. Findest du nicht? Nee? Nee, nee. Okay. Wenn man sagt, ich kann echt viel essen von Sachen, die man nicht viel kauen muss. Aber, sobald du... Ah, sowas wie Brei meinst du? Ja, sowas wie Brei. So, so Grießbrei, ja. Okay, Babybrei. Oh, Babybrei. So, dieser Einrühr Babybrei ist so lecker. Also, guck mal, das kostet nicht viel, ja, aus einer Studentenperspektive jetzt gesprochen. Als Babybrei ein günstiger Snack, und das ist schnell zu machen. Okay. Und ich sag, es ist bestimmt auch nahrhaft, wenn Babys das essen sollen. Ja. Ich mein, ja. Man kann sich das Kauen auch sparen eigentlich. Ich esse ja den mit Vollkorn, ich esse den für acht Monatige schon. Und dir vielleicht ein drittes Gebiss einsetzen lassen. Dann springst du einfach so in die Lebensphase und wirst gleich zum Rentner. Weißt du? Jetzt mach, hab ich das Gefühl, du machst dich lustig über mich. Am ersten Geburtstag schenke ich dir einfach diese kleinen Körbe, weißt du, die die Rentner so vor sich her schienen, mit denen die Einkommen gehen. Ich fühl mich hier nicht ernst genommen. Nee, du wirst nicht ernst genommen, weil man das nicht ernst nehmen kann. Das ist sau lecker. Ich esse gern Babybrei, ja, okay. Ja, aber auch die Gläschen, aber nur. Ich will das Kauen sparen kann. Okay, scheinbar. Ich will nicht ernährt werden, ey, ohne Witz. Es ist jetzt einfach nur noch Mobbing hier, was du hier machst. Ich will jetzt nicht, ne? Dann mach ich mir jetzt mal den größeren Magen. Ich habe ein Reh. Oh, das ist ja süß. Ja. Und vor allem ist das nicht so abgemagert. Ich hab schon Sorgen gehabt. Was? Ich hab schon Sorgen gehabt, dass du jetzt so ein abgemagertes Tier gekriegt hast. Aber das sieht ja normal aus. Stell dir mal vor. Einfach so ein halbes Skelett. Oh mein Gott, ich werd jetzt richtig schnell dick. Oh mein Gott. Ich krieg richtig schnell Geld. Ehrlich? Ja. Du siehst gar nicht so dick aus. Ja, aber das kommt gleich. Das kommt gleich. Ich hab jetzt schon wieder gleich 5.000, ne? Mit dem Tier. Das bringt alles. Hä? Ehrlich? Ja, ja. Ich hab jetzt 5.000. 5.000 Geld. Das ist richtig krass. Oh mein Gott. Ja. Schummler. Ich hab 300. Was? Ich will auch ein Tier. Ich muss dir ein Pet holen. Schnell. Ich hab nicht genug Geld. Beziehungsweise Diamanten. So, ich hab 35.000. Ich geh mal wieder hier ein bisschen... 35.000. Oh mein Gott, ey, du Schummler. Das kann doch nicht sein. Ich kann mir für 25.000 ein cooles Pet kaufen. Mach ich mal. Das ist so langsam... Also, ich bin immer langsamer in den Spielen, als du. Ein Schwein. Ein mystisches. Ich hab ein richtig mystisches Schwein. Ein mystisches Schwein. Zeig mal her. Hier ist mein mystisches Schwein. Wo ist denn das mystisch? Hat das einfach mystisch... Das sieht süß aus. Das sieht voll süß aus. Oh, das sieht voll putzig aus. Okay, wie viel kriegst du jetzt? Ich krieg sehr viel. Alter. Sehr viel. Ich bin neidisch. 44.049. Ich hab 2.000. 2.300. Echt? 2.350. Du hast es fast geschafft. Ach so, nee. Gold, nicht Diamanten. Diamanten hab ich noch weniger. Diamanten ist nicht so wichtig, glaube ich. Ich dachte, Diamanten ist... Ah! Oh, okay. Ich dachte, Diamanten muss man das Pett verkaufen. Wie viel Gold hast du? Jetzt habe ich 2.500. Jetzt kaufe ich mir ein Pett. Du brauchst 2.500. Das ist doch perfekt. Yes! Okay. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich will... Okay, kommen. Hoffentlich wird es ein mythisches. Das Ei fliegt. Ich... Was ist das denn? Was soll denn das denn? Das ist, äh... Der sieht komplett komisch aus. Was soll das denn sein? Oh, der sieht voll cool aus. Also ich verstehe, das ist ein Wolf. Aber das sieht für mich nicht aus wie ein Wolf. Ich sehe auch nicht aus wie ein Mensch. Ich habe einen Rock auf dem Kopf, aber trotzdem bin ich einer. Und dann machst du dich über meine Babybrei-Gewohnheiten lustig. Das ist ja wohl frech. Das ist Stil, weißt du? Das ist ein Unterschied. So Stil hast du wie ich oder... Oder ob du cool bist und Babybrei isst. Genau. Wie es nur die Coolsten der Coolen machen. Ja, auf jeden Fall. Ich sage, es ist innovativ und ich sage, weißt du, das wird sich durchsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wird, aber ja. Okay. Ich habe mir, ohne Mist, ich habe mir früher zu Ostern nicht mal Schokolade gewünscht, sondern so Babygläschen. Das ist kein Mist. Nein, wirklich? Doch. Weil ich da, ähm, keine Ahnung, meiner Mutter meistens so faste, so auf Zucker und so Kram. Mhm. Und dann, dann habe ich halt zu Ostern von meinen Großeltern gesagt, ich will keine Schokolade, sondern ich will Babygläschen. Oh. Die haben mir auch geschenkt. Der voll lecker. Ja. Ja, ich habe die in der Schule manchmal gegessen. Ach. Ach, jetzt kommt es raus. Oh, nur weil es keiner gesehen hat. Ja, ja. Jetzt kommt es raus. Das wäre mir ja unangenehm. Mhm. Lügen aufgeflogen. Ich will ganz kurz sagen, dass ich jetzt hier schon Wassermelonen esse, was das größte Essen ist überhaupt, ne? Und dass ich jetzt richtig bin. Oh, warte. Willst du mich mal sehen? Ja. Okay. Guck mal her. Okay. Oh. Ah. Ja. Schicker Bauch. Siehst du mich wachsen? Ich sehe dich da. Siehst du mich zunehmen? Du kannst richtig zunehmen wie die Speckrollen dazu brauchen. Ich würde mal trainieren gehen an deiner Stelle. Sieht nicht mehr gut aus. Langsam. Oh. Warte, was ist das denn? Oh Gott. Vor allem, dein Kopf bleibt halt klein. Das ist das Schlimmste am Ganzen. Nein, mein Kopf... Weil dein Kopf wächst nicht mit deinem... Oh mein Gott. Ich meine, immerhin hast du kein Doppelkinn. Immerhin sieht man mein Gesicht gar nicht. Also von daher, alles cool. Guck mal, wie ich springe. Oh nein. Das ist ja voll lustig. Okay, ich kaufe mir jetzt ein teureres Obst. Nein. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt hier zu Cranky Crab. Ich kaufe mir jetzt Fast Food. Weil jeder weiß, Fast Food macht wirklich dick. No way. Doch. Wir können hierher... 150.000 kostet der Burger. Are you kidding me? Was? Ich habe keine 150.000 auf der Bank. Echt, schon kann ich mir kaufen. Ich hole mir jetzt einen Burger. Ich habe jetzt eine Erdbeere. Weißt du was? Du hast eine Erdbeere. Ich habe eine Erdbeere. Bitteschön. Jetzt wo ich das Tier habe, läuft es sehr viel besser. Also, ich will nicht lügen, aber das Tier... Warte, wie viel kostet das nächste Tier? Ja. Ich glaube, 20.000 oder sowas kostet. Das habe ich. Hast du. Sehr gut. Jetzt läuft es. Oh, das nächste Tier kostet 5.000. Okay. Aber 5.000... Diamanten. Was ist denn das? Das ist kein Tier. Wollt ihr mich eigentlich komplett veralbern? Was ist denn jetzt schon wieder gekommen? Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf. Er hier. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist kein Tier. Also, du kannst mir sagen, was du möchtest. Aber das ist kein Tier. Du kriegst so ein richtig süßes Schweinchen und so ein richtig süßes Elch oder Reh oder was auch immer. Und ich kriege dieses komische blaue Mutantenwolf-Ding und ihn hier. Entschuldigung. Was ist das? Ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Bist du da? Okay, ich hole mir jetzt erstmal die Laterne. 6,7 Millionen. What? Yes. Okay, warte mal. Krass. Ich brauche gar nicht die Laterne. Ich habe gerade mein Geld umsonst rausgeballert und zwar kann ich mir hier schon viel mehr kaufen. Und zwar den Roboter. Mit dem Burger sieht es noch authentischer aus, wenn man so richtig fett wird. Einfach direkt. Absolut. Boah. Das ist ja... Und die zwei Kollegen, die ich hier dabei habe, grinsen mich auch die ganze Zeit nur so komplett. Ich weiß nicht, ob wir beim Plaza neue Sachen kaufen können. Bestimmt. Warte mal. Das Plaza ist hier gegenüber. Warte, ich bin gleich da. Das ist neben den Eiern. Ich bin selber noch nicht da. Wie viele Diamanten hast du eigentlich? Ähm, wie viele Diamanten? Ich habe... 4.000 habe ich. Uh, okay. Dann kannst du dir auch bald das erste Diamanten-Pad holen. Glaube ja, aber es dauert noch ein bisschen. Ich habe das Plaza mal unlocked. Pass mal auf. Dann gehe ich jetzt hier zu... Shrimpies. Shrimpies ist, glaube ich, der teuerste Laden, den ich hier freischalten kann. Da gibt es hier... See-Essen. So wie ich das sehe. Nein, wirklich? Doch, doch. Das kostet Sushi für 400 Millionen. Nee, danke. Achso, ja. Kleines Schnäppchen. Attached to Unclimb. Ja, nice. Ah, warte mal. Aber jetzt habe ich aber auch Cash. Wieso? Im Plaza gibt es mehr Geld. Wenn du hier verkaufst. Stimmt. Stimmt. Achso, das ist ja cool. Oh, warte. Ich habe jetzt schon fast eine Million. Mal kurz unlocken. So. Hast du fast eine Million? Sehr gut. Fast eine Million. So, jetzt kann ich mir hier mal einen größeren Magen zulegen. Wo ist denn der? Ja, habe ich auch gerade. Wo ist denn der Shop hier? Ist alles so weit weg immer. Ich wünschte, man könnte sich einfach porten. Wir können auch Uptown freischalten noch. Das kostet nur 50.000. Stimmt. Weil da war ja auch der Verkaufswert einfach höher. Für 50.000. Ja, das ist schlau. Oder für 150.000 Express. Warte, da gehe ich mal hin. Was kann ich mir denn hier leisten? Ihnen hier, Ruby. Uptown, 50.000. Das habe ich. Achso, 150.000. Stimmt. Ja. Jetzt sind wir auch direkt neben dem Shop und dann können wir hier unsere Pizza mägen. oder was auch immer du jetzt hast. Torten. Oder hast du schon was nächstes? Ja, ich esse gerade noch Torte. Das ist richtig. Oh, zweieinhalb Millionen. Zack. Das läuft hier. Hast du Lieblingstorte? Schoko. Boko. Schoko. Alles Schoko und dann nochmal Schoko drauf und Schoko drin. Und... Echt? Ja, sagst du das? Ja. Also ansonsten lohnt sich irgendwie Torte nicht für mich. Weil Obsttorte, denke ich mir, kann ich auch einfach Obst essen. Weißt du? Aber Schokolade, das ist ja... Dann kannst du auch einfach die Schokotorte. Was ist denn deine Lieblingstorte? Ähm... Oh, schwer. Ich mag die mit, äh... Mit diesen bunten Streuseln drauf. Zitronenkuchen magst du gerne. Oh, Zitronenkuchen. Ist im Sommer aber auch richtig lecker. Finde ich auch. Oh, siehst du? Das ist zum Beispiel ein guter Nutzen von Zitronen. Aber Zitronenpulsen? Eher ein schlechter Nutzen von Zitronen. Einfach Zitronen essen mal so. Ja. Ich dachte, dass das einer von uns hier machen würde. Hust, hust. Zitronen aus und dann esse ich die. Das ist voll gut. Warte, du trinkst den Zitronensaft pur? Ja, ich trinke den pur. Ich traue dir nicht mehr. Nee. Honja. Nee. Ich gucke dir jetzt mal zu. Vielleicht kriegst du ja was Cooles. Okay. Warte, ich hole mir noch ganz kurz hier eine neue Torte. Okay. So. Muss mich nochmal ganz... Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin hier vorm Ei. Ah, perfekt. Ich komme gerade angerollt. Achso, ja. Ich sehe dich. Schwer zu übersehen. Ich öffne mal das Ei. Hast du nochmal so eine Torte zwischendurch rein? Klassiker? Ja, klar. Ich kann doch nicht einfach... Das muss ja live sein, ne? Yeah. Ich habe einen Bären. Einen Bären? Ja. Hier, bitteschön. Da kannst du ihn sehen. Der braune da. Oh, der. Kann sie wahrscheinlich werden. Ich bin auch einfach rigged. Warum kriegst du die süßen Tiere? Also, ich... Okay, weißt du was? Ich habe noch genug. Ich hole mir jetzt noch ein paar von denen an Kommentieren. Das kann ja auch sein, dass ich da was Gutes noch rauskriege. Ein Hase, der schielt. Auch schön. Was gibt's noch? Eine traurige Katze. Ich baller jetzt mein ganzes Geld raus. Noch eine traurige Katze. Oh, was ist er denn? Was hast du? Das zeige ich dir. Der sieht verrückt aus. Der sieht komplett verrückt aus. Übrigens, das mit dem schwarzen Ball auf dem Kopf heißt Otis. Falls dir das irgendwas sagt. Nein. Oh, du hast ein Wal! Ah, es soll ein Wal sein. Und ein Häschen. Oh, das ist ein richtig cooler Wal, findest du nicht? Doch, doch. Ah ja, jetzt sehe ich auch, das ist ein Wal. Er hat sogar eine Flosse. Und er blubbert. Blub, 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 blub. Okay. Ja, guck doch mal. Guck doch mal dich an. Du fängst. Ey, die schubst mich. Ja, gut, das war's mit dieser Folge Dickwert Simulator. Falls es euch gefallen hat. Ja! Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal und Isis Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Erstens mit dem Studio. Ich bin ein neues Video.